Hallo auf YouTube und herzlich willkommen hier zu einem neuen Geeklog von DJRalex. Es ist der Wunsch gekommen, dass ich bei meinen Geeklogs etwas mehr auf die Technik und so weiter eingehe, also euch etwas mehr Background zeige. Heute ist der 21.12.2013 und ich bin gerade am Weg nach Blindenmarkt in die Oldtimerhalle. Dort ist heute die X-Mas Party, wo ich ja die Ehre habe, am 2nd Floor den ganzen Abend euch mit dem Feinsten von Haus, Hardstyle und alles was so dazugehört, beschallen zu dürfen. Hier im Auto habe ich zweimal die RCF A725A, die mich heute auch begleiten werden. Vor Ort ist dann noch ein doppelter 18 Zoll Subwoofer, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, aber dazu werden wir dann alles noch dort genauer sehen. Ja, was ich auch noch da hinten habe, ist mein Pioneer Set. Das ist heute das erste Mal mit mir dabei. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Clip. So, jetzt habe ich endlich diese Oldtimerhalle gefunden. Und da bin ich jetzt auch schon. Und darum würde ich sagen, ich zeige euch jetzt einmal den 2nd Floor, dort wo ich dann auflegen werde. So, jetzt gehen wir dann ein bisschen rein, in den ersten Stock hinauf. Und jetzt seht ihr mal den 2nd Floor, so wie er jetzt ausschaut. So, das ist er. So schaut es aus. Und das ist meine kleine Ecke hier. Ja, da steht schon eine von meinen RCF-Boxen. Und jetzt ist es eben die Aufgabe, mein ganzes Auto auszuräumen. Hier herauf wuchten. Und ja, dann schauen wir, ob wir das dann ein bisschen schöner dekorieren können. Bis zum nächsten Clip. So Leute, so schaut es derzeit aus. Ich bin also gerade mitten im Aufbauen. Hier ist eben der 2nd Floor, wo ich dann auflegen werde. Hier habe ich eben schon meine ganzen Sachen sozusagen mal aus dem Auto herausgekramt. Und ja, mein Pioneer Set steht hier. Die beiden RCF-Boxen. Ich habe jetzt auch hier noch ein paar schöne Effekte bekommen. Das ist ein Stroke und 2, ich glaube, Quad-Color-LEDs oder so ähnlich heißen die von American DJ. Und die werde ich jetzt dann auch noch da hinten irgendwo platzieren. Ja, sonst gibt es weil nicht sehr viel mehr zu sagen. Als Subwoofer verwenden wir dieses schöne Teil hier. Das ist ein S. Da muss ich mal nachschauen, was das für ein Subwoofer da genau ist. Schauen wir mal. Das ist ein. So, da wird er. Genau. Will SDN. Muss ich ehrlich sagen, sagt mir gerade überhaupt nichts. Aber für den Floor hier oben, so schaut er aus, wird es reichen, würde ich sagen. Ja, Top-Teil sind meine RCF. Das, das, das. Ja, ich würde sagen, jetzt werde ich weiter aufbauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Clip. So, jetzt sind wir fertig mit dem Aufbauen. Es steht alles. Alle Lichter sind eingestellt. Mein Set ist ready to go. Jetzt warte ich nur mehr auf die Party-People von Blindenmarkt, der Oldtimer-Halle. Und dann, so ab 11 Uhr, heißt es DJ-Ralex in the mix. Mein Set ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020